Hallo, in diesem Video Tutorial zeige ich Ihnen, wie wir die Außenwände unseres Mustergrundrisses mit Hilfe der numerisch-polygonalen Eingabe eingeben können. Wir haben dieses Video Tutorial in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten, kürzeren Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie schnell und einfach die Außenwände unseres Mustergrundrisses eingeben können. Im zweiten, darauf folgenden Teil definieren wir zusätzlich zur Eingabe der Außenwände auch den Schichtaufbau der Wand und zeigen Ihnen noch weitere Funktionen, die bei der numerisch-polygonalen Eingabe von Nutzen sind. Nun beginnen wir mit dem ersten Teil. Dazu haben wir bereits eine 2D- sowie eine 3D-Ansicht geöffnet und diese vertikal nebeneinander platziert. Das verschafft uns eine gute Übersicht bei der Eingabe. Ebenso haben wir in unserem Beispiel das Raster sowie die Linienbreiten deaktiviert. Nun können wir mit der Eingabe beginnen und wählen daher die Funktion numerisch-polygonale Eingabe aus. Wir wählen Gebäude, Wände, Außenwand und die numerische-polygonale Eingabe. Wir können nun theoretisch mit der Eingabe der Wand beginnen. In unserem Beispiel werden wir jedoch vorab noch eine vertikale sowie eine horizontale Hilfslinie erstellen, um sich bei der Eingabe besser orientieren zu können. Wir drücken die Escape-Taste und nun wählen wir 2D und Layout, 2D-Hilfslinien, Hilfsgerade und die vertikale Hilfslinie oder wir schließen dieses Fenster und drücken die Kurztaste G für die vertikale Hilfslinie. Bevor wir die Hilfslinie eingeben, überprüfen wir die Farbe dieser. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften, klicken auf Darstellung und wählen die Farbe. Die Farbe ist bereits mit Grün definiert und wir bestätigen mit OK und OK. Übrigens mit einem Klick auf die Funktion als Standard speichern, können wir die von uns definierten Hilfslinien-Einstellungen für zukünftige Hilfslinien als Standard festlegen. Wir bestätigen mit OK. Wir platzieren die vertikale Hilfslinie zum Beispiel hier mit einem linken Mausklick und drücken danach die Escape-Taste, um die Eingabe der vertikalen Hilfslinie zu beenden. Nun geben wir auch noch eine horizontale Hilfslinie ein. Dazu drücken wir die Kurztaste H. Alternativ können wir diese natürlich auch über 2D und Layout und 2D-Hilfslinien auswählen. Wir platzieren die horizontale Hilfslinie mit einem linken Mausklick zum Beispiel hier und drücken danach die Escape-Taste, um die Eingabe der horizontalen Hilfslinie zu beenden. Nun zoomen wir uns mittels des Mausrads etwas in die Ansicht, um eine bessere Übersicht zu haben und wählen nun Gebäude, Wände, Außenwand und numerisch-polygonale Eingabe. Vor der Eingabe definieren wir nun noch die Dicke der Wand. Dazu drücken wir die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Unter Dicke können wir erkennen, dass für die Dicke bereits 0,30 Meter definiert wurden. Das ist korrekt und wir bestätigen mit OK. Nun geht's zur Eingabe. Diese beginnen wir am Schnittpunkt unserer beiden Hilfslinien mit einem linken Mausklick. Der Referenzpunkt der Wand befindet sich nun in der Mitte und wird durch einen blauen Kreis beim Mauszeiger dargestellt. Um den Referenzpunkt zu ändern, drücken wir die Tastenkombination STRG und W. Das ist der korrekte Referenzpunkt. Und nun drücken wir die linke Maustaste. Das Werkzeugparameterfenster öffnet sich automatisch im linken oberen Bildschirmrand und hier geben wir nun die Länge von 13,80 Metern ein. Durch ein Drücken der Tab-Taste könnten wir auch noch in das Feld für den Winkel gelangen. Dieser ist jedoch durch die Hilfslinie bereits vordefiniert und wir können die Eingabe mit der Enter-Taste bestätigen. Die erste Wand wurde erfolgreich eingegeben, nun folgen die restlichen. Nun fahren wir mit der nächsten Wand fort. Diese liegt in dieser Richtung. Um eine 100% horizontale bzw. vertikale Wand einzugeben, halten wir die STRG-Taste gedrückt und machen danach einen linken Mausklick. Für die Länge geben wir 8,30 Meter ein und wir drücken nun beispielsweise die Tab-Taste, um in das Eingabefeld für den Winkel zu gelangen. Der Winkel ist bereits mit 90 Grad definiert, das ist korrekt. Wir geben nun als Beispiel 60 Grad ein und wie Sie sehen können, hat sich der Winkel der Wand verändert. Der Winkel bezieht sich immer auf die Verlängerung der vorhergehenden Wand und der neu einzugebenden Wand. Daraus resultiert in unserem Beispiel ein Winkel von 60 Grad. Wir ändern den Winkel wieder auf 90 Grad ab und bestätigen danach mit Enter. Die nächste Wand liegt in diese Richtung. Wir halten wieder die STRG-Taste für eine 100% horizontale Eingabe gedrückt, drücken die linke Maustaste, geben 5,50 Meter ein und bestätigen wieder mit Enter. Die nächste Wand in diese Richtung. Wir halten STRG gedrückt, drücken die linke Maustaste, geben 5,50 Meter ein und bestätigen mit Enter. Die nächste Wand verläuft horizontal in diese Richtung. Wir halten STRG, linke Maustaste, 8,30 Meter und wir bestätigen wieder mit Enter. Die letzte Wand verläuft vertikal nach unten unserer Hilfslinie entlang. Wir drücken die linke Maustaste, geben 13,80 Meter ein und bestätigen mit Enter. Die Außenwände unseres Mustergrundrisses sind nun fertig eingegeben und wir drücken mehrmals die ESC-Taste, um die Wandeingabe zu beenden. Nun selektieren wir die 3D-Ansicht und drücken die Kurztaste Position 1 oder Home für die Funktion Alles zeigen. Final werden wir nun noch in der 2D-Ansicht die Bodenfläche des neu entstandenen Raumes darstellen. Dazu selektieren wir die Raumbeschriftung mit einem linken Mausklick, rechte Maustaste, Eigenschaften. Hier wählen wir den Punkt Beschriftung aus, Selektieren den Punkt Bodenfläche und geben beim Präfix BF für Bodenfläche ein. Wir bestätigen mit OK und drücken danach die ESC-Taste. Nun wird in der 2D-Ansicht bei der Raumbeschriftung die Bodenfläche von 143,99 Quadratmetern dargestellt. Dies war der erste Teil unseres Video-Tutorials zur numerisch-polygonalen Eingabe. Im zweiten Teil dieses Video-Tutorials definieren wir zusätzlich zur Eingabe des Grundrisses auch noch den Schichtaufbau der Wand. Des Weiteren zeigen wir Ihnen auch noch andere nützliche Werkzeuge sowie Tricks, die bei der numerisch-polygonalen Eingabe von Vorteil sein können. Bevor wir mit der Eingabe beginnen, platzieren wir wieder eine vertikale sowie horizontale Hilfslinie. Wir beginnen mit der vertikalen Hilfslinie. Dazu drücken wir die Kurztaste G. Wir platzieren die vertikale Hilfslinie zum Beispiel hier. Und danach drücken wir die ESC-Taste. Wir fahren mit der horizontalen Hilfslinie fort. Wir drücken dazu die Kurztaste H und platzieren diese zum Beispiel hier. Danach drücken wir wieder die ESC-Taste. Bevor wir nun mit der Eingabe beginnen, werden wir den Schichtaufbau der Wand definieren. Dazu wählen wir Gebäude, Wände, Außenwand und numerische polygonale Eingabe. Wir drücken die rechte Maustaste und wählen Eigenschaften. Die Eigenschaften öffnen sich. Unter den allgemeinen Eigenschaften könnten wir nun eine Standardwand definieren. Wir möchten aber einen benutzerdefinierten Schichtaufbau definieren und deshalb klicken wir auf Schichtaufbau. Hier im Schichtaufbau-Menü werden wir eine Wand erstellen, die sich aus einer Isolationsschicht sowie einer Betonschicht zusammensetzt. Im Moment besteht die Wand, die links im Vorschaufenster angezeigt wird, aus einer Schicht. Um der Wand eine neue Schicht hinzuzufügen, wählen wir einen der beiden Punkte aus. Entweder neue Schicht oberhalb oder neue Schicht unterhalb. Wir wählen beispielsweise unterhalb aus und selektieren danach die obere Schicht mit einem linken Mausklick im Vorschaufenster. Nun geben wir eine Bezeichnung für diese Schicht ein. In unserem Fall ist das die Isolierung. Und nun definieren wir die Dicke. In unserem Fall hat die Isolierungsschicht eine Dicke von 0,06 Metern. Danach drücken wir beispielsweise die Tab-Taste, um in das nachfolgende Eingabefeld zu gelangen. Mit dem Wechseln in das nachfolgende Eingabefeld wird gleichzeitig die Eingabe von numerischen Werten abgeschlossen und fixiert. Im Vorschaufenster können Sie erkennen, dass sich die Dicke der Isolationsschicht nun verändert hat. Danach wählen wir die untere Schicht aus und geben als Namen, zum Beispiel Beton, ein. Für die Dicke geben wir 0,24 Meter ein. Und danach bestätigen wir wieder mit der Tab-Taste. Im Vorschaufenster können wir wieder erkennen, dass sich die Dicke verändert hat. Und wenn wir zwischen der Isolationsschicht und der Betonschicht wechseln, können wir erkennen, dass unsere Einstellungen erhalten bleiben. Im nächsten Schritt werden wir das Material unserer Wandschichten definieren. Dazu wählen wir die Isolierung und klicken auf das Material. Hier wählen wir 2D-Darstellung. Und für den Füllstil wählen wir einfarbig aus. Ein Video-Tutorial zur Anwendung des Füllstils 2D-Muster finden Sie unter www.cutvilla.com. Unter der Bezeichnung Verwendung des Füllstils 2D-Muster für Wände. Ab Cutvilla Professional möglich. Im nächsten Schritt werden wir nun eine Farbe für die Wandschicht auswählen. Dazu klicken wir auf die Farbe, wählen für die Isolierung zum Beispiel gelb aus und bestätigen mit OK und OK. Die Farbe der Isolierung hat sich verändert. Nun selektieren wir die Betonschicht mit einem linken Mausklick. Klicken hier auch aufs Material, wählen 2D-Darstellung. Beim Füllstil wählen wir wieder einfarbig. Und für die Farbe wählen wir zum Beispiel grau aus. Wir bestätigen mit OK und OK. Wie wir sehen können, hat sich nun auch die Farbe der Betonschicht verändert. Beide Schichten, die Isolierungs- sowie die Betonschicht, sind nun fertig definiert und wir können mit OK bestätigen. Nun fahren wir mit der Eingabe der Außenwände unseres Mustergrundrisses fort. Der erste Punkt ist der Schnittpunkt zwischen den beiden Hilfslinien. Der Referenzpunkt unserer Wand befindet sich wieder in der Mitte der Wand und wird durch den blauen Kreis gekennzeichnet. Um diesen zu ändern, drücken wir die Tastenkombination STRG und W. Das ist der korrekte Referenzpunkt. Wir drücken die linke Maustaste. Das Werkzeugparameterfenster öffnet sich und für die Länge geben wir 13,80 Meter ein. Wir bestätigen mit Enter. Es folgt die nächste Wand in dieser Richtung. Für eine 100%ig vertikale Wand halten wir die STRG-Taste gedrückt und machen danach einen linken Mausklick. Die eigentliche Länge dieser Wand wäre 8,30 Meter. In unserem Fall machen wir jetzt einen bewussten Fehler und geben 3 Meter ein. Danach bestätigen wir mit der Enter-Taste. Jetzt drücken wir mehrmals die Escape-Taste, um die Wandeingabe zu beenden und den in unserem Fall bewussten Eingabefehler zu korrigieren. Nun zeigen wir Ihnen zwei Möglichkeiten, um die eingegebene Wandlänge zu korrigieren. Wir selektieren die betroffene Wand mit einem linken Mausklick und wir können erkennen, dass das Außenmaß 3 Meter beträgt. Die schnellste und einfachste Variante, unseren Fehler zu korrigieren, ist es auf dieses Symbol zu klicken und bei der Wandlänge die korrekte Länge von 8,30 Meter einzugeben. Wir bestätigen mit Enter. Danach können wir die Escape-Taste drücken. Nun drücken wir die Kurztaste D für die Funktion Abstand und messen das Maß der Außenwand nochmals nach. 8,30 Meter, das ist korrekt. Wir drücken die Escape-Taste. Es gibt auch noch eine weitere Option, wie wir die Länge einer Wand korrigieren können. Dazu selektieren wir als erstes die Funktion Zurück oder drücken die Kurztastenkombination STRG und Z. Nun ist die Wand wieder in einer Länge von 3 Metern dargestellt. Nun drücken wir die Kurztaste P für die Funktion Parallele Hilfslinie mit Abstand und geben die Hilfslinie von dieser Linie in diese Richtung in einem Abstand von 8,30 Meter ein. Wir drücken Enter. Danach drücken wir die Escape-Taste. Nun drücken wir die Kurztaste V für die Funktion Wand verlängern. Wir verlängern die Wand von diesem Punkt zu unserer Hilfslinie. Danach drücken wir wieder Escape. Nun messen wir die Wand nochmals nach. Kurztaste D für die Funktion Abstand. Die Länge beträgt 8,30 Meter, das ist korrekt. Und wir drücken die Escape-Taste. Nun wechseln wir in die 3D-Ansicht und drücken dort die Kurztaste Position 1 oder Home für die Funktion Alles zeigen, um uns einen besseren Überblick zu verschaffen. Wir selektieren nun wieder die 2D-Ansicht und fahren mit der Eingabe fort. Wir wählen Wände, Außenwand und numerische polygonale Eingabe. Wir wählen nun einen Anfangspunkt aus. Das ist dieser Punkt. Nun ändern wir den Bezugspunkt der Wand. Wir drücken dazu wieder die Tastenkombination STRG und W. Das ist der korrekte Bezugspunkt. Und nun machen wir einen linken Mausklick. Für die Länge geben wir 5,50 Meter ein. Der Winkel ist in Ordnung und wir bestätigen mit Enter. Nun folgt die nächste Wand. Wir halten wieder die STRG-Taste gedrückt für eine vertikale Wand. Drücken die linke Maustaste und geben ebenso 5,50 Meter ein. Enter. Nun folgt die nächste Wand in diese Richtung. Wir halten STRG gedrückt. Linker Mausklick. Länge 8,30 Meter und Enter. Die letzte Wand in diese Richtung. STRG halten wir gedrückt oder wir orientieren uns an der Hilfslinie. Wir klicken die linke Maustaste. 13,80 Meter ist OK und wir bestätigen mit Enter. Danach drücken wir mehrmals die Escape-Taste, um die Eingabe zu beenden. Nun stellen wir noch die Bodenfläche in der Raumbeschriftung dar. Dazu selektieren wir die Raumbeschriftung mit einem linken Mausklick. Rechte Maustaste, Eigenschaften. Wir wählen Beschriftung, selektieren Bodenfläche, geben einen Präfix, in unserem Fall BF ist gleich ein und bestätigen mit OK. Danach drücken wir die Escape-Taste. Die Bodenfläche wird nun angezeigt und hat eine Fläche von 143,99 Quadratmetern. Wenn wir uns nun mittels des Mausrades etwas in die Ansicht hinein zoomen, können wir die verschiedenen Schichten unseres Wandaufbaus erkennen. Die Isolationsschicht sowie die Betonschicht. Wir zoomen uns wieder mittels Mausrades aus der Ansicht hinaus. Und final deaktivieren wir noch die Hilfslinien. Zu guter Letzt zeige ich Ihnen jetzt noch, wie Sie schnell und einfach die Wände Ihres Mustergrundrisses texturieren können. Im ersten Schritt selektieren wir die 3D-Ansicht und maximieren diese. Das 3D-Modell unseres Mustergrundrisses wird nun im Vollbild dargestellt und im ersten Schritt werden wir nun die Textur der Außenwand unseres Projektes rot einfärben. Dazu wählen wir 3D-Funktionen und Material bearbeiten. Wir wählen das zu bearbeitende Material aus, in unserem Fall die Textur unserer Außenwand. Der Material-Editor öffnet sich. Unter Textur können wir die gewählte Textur kennen. Wir wählen nun die Farbe aus, wählen zum Beispiel eine rötliche Farbe aus den Grundfarben, bestätigen mit OK und geben bei Farbe und Textur mischen zum Beispiel einen Wert von 10% ein. Danach bestätigen wir mit OK. Die Farbe der Textur hat sich nun verändert und die Textur ist rötlich gefärbt. Im nächsten Schritt werden wir eine Textur aus unserem Katalog wählen und diese dem Modell hinzufügen. Dazu wählen wir den Katalog Texturen Zum Beispiel M-Textur Klinker und Schichtstein Und hier wählen wir eine beliebige Textur aus. Wir möchten unserem Modell zum Beispiel diese Textur hinzufügen. Wir selektieren diese mit einem linken Mausklick, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Textur auf eine der Außenwände unseres Mustergrundrisses. Wie Sie sehen können, wurde die Textur auf allen Außenwänden übernommen. In unserem Beispiel möchten wir jedoch nur diese Außenwand texturieren. Die restlichen Außenwände sollen weiterhin mit der rot gefärbten Textur dargestellt werden. Daher wählen wir die Funktion Rückgängig Nun wählen wir nochmals die Textur aus, selektieren diese, halten wieder die linke Maustaste gedrückt und halten ebenso, ganz wichtig, auch die STRG-Taste gedrückt. Diese Tastenkombination ermöglicht es uns, einzelne Wände zu texturieren. Wie Sie erkennen können, wurde nun nur die eine Außenwand texturiert, die restlichen Wände sind noch immer in der rot gefärbten Textur dargestellt. Wenn wir nun einen doppelten linken Mausklick auf die verwendete Textur machen, können wir ein detailliertes Vorschaubild der Textur sehen. Wenn wir nun die Textur im Vorschaubild mit der Textur im Projekt vergleichen, können wir im Projekt einen leichten Rotstich erkennen. Wir schließen das Vorschaubild. Nun wählen wir die Funktion Material bearbeiten aus, selektieren die Textur in unserem Projekt und hier können wir erkennen, dass noch immer die rote Farbe gewählt ist. Wir wählen eine weiße Farbe aus, setzen den Wert für Farbe und Texturmischen auf 0 und nun wieder ganz wichtig, wenn wir mit OK bestätigen, halten wir dabei die STRG-Taste gedrückt, um die Änderungen nur auf dieser einen Wand anzuwenden. Wie Sie erkennen können, wird die Textur nun nicht mehr mit Rotstich dargestellt. Mehr Informationen zum Thema Texturen finden Sie in unserem Video Tutorial Texturieren einer einzelnen Wand auf www.cutvilla.com Vielen Dank fürs Zusehen, für mehr Tutorials besuchen Sie unsere Website www.cutvilla.com Deine Untertitelung des ZDF, 2020